Heute habe ich drei Spartipps für Ihren Sofa-Kauf für Sie. Wie Sie mehr in Sachen Design, Komfort und Qualität rausholen und nicht mehr bezahlen müssen. Mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und wir erörtern jetzt gemeinsam dieses Thema. Drei Tipps. Der erste ist, weniger ist mehr. Sie brauchen vielleicht gar keine so riesen Eckgarnitur wie hier. Wenn Sie nicht vier, fünf Personen sind, die ständig in dem Haushalt leben. Da kann ein schönes Sofa kombiniert mit einem Sessel vollkommen ausreichend sein, wenn Sie zu zweit oder zu dritt sind. Sie sparen Platz und Sie sparen Geld und Sie gewinnen an Wohnwert. Zweitens. Marke statt Masse habe ich es genannt. Kaufen Sie Markenprodukte. Produkte, die markiert sind, wo nachvollziehbar ist, wer der Hersteller ist, sind qualitativ viel hochwertiger, halten im Schnitt 15 Jahre, der Marktdurchschnitt ist 8 Jahre, Ikea 4 Jahre. Hier sehen Sie schon, dass es besser ist, etwas mehr auszugeben, denn die Haltbarkeit wird Ihnen das danken. Und der dritte Punkt ist Outlet statt Fachhandel. Kaufen Sie im Outlet Fertigware. Fertigproduzierte Ware ist immer günstiger wie individuell konfigurierte Ware. Deshalb kaufen Sie Fertigware, kaufen Sie Markenware und kaufen Sie nicht zu viele Sitzeinheiten. Und mit diesen drei Punkten sparen Sie viel Geld und gewinnen an Wohnwert. Mich würde es freuen, wenn Sie uns als Partner wählen zu Ihrem Sofa-Einkauf. Profischnapp.de verkauft online wie offline. Wir betreiben unseren YouTube-Kanal, wo ich Sie bitte, den zu abonnieren. Instagram sind wir tätig. Und wir haben einen Showroom hier in 72186 Empfängen, der jedes Wochenende, Freitag, Samstag geöffnet ist. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von Profischnapp.de.